Hallo, ich bin Paul. Heute soll es darum gehen, wie man sich das Distributivgesetz und die binomischen Formeln anhand von Flächen anschaulich vorstellen kann. Um diesem Video folgen zu können, solltet ihr schon einmal etwas vom Distributivgesetz und von den drei binomischen Formeln gehört haben. Außerdem solltet ihr euch daran erinnern, wie man den Flächeninhalt eines Rechteckes und eines Quadrates berechnet. Nun will ich euch diese Formeln veranschaulichen und außerdem gleich ein Beispiel zeigen, wie man sie bei der Berechnung von Flächen benutzen kann. Fangen wir mit dem Distributivgesetz an. Es sagt uns, wie man zwei Zahlen, die miteinander addiert werden, mit einer anderen Zahl multipliziert. Aber was bedeutet das eigentlich? Stellen wir uns einmal ein Rechteck vor, bei dem eine Seite aus zwei verschiedenen Strecken zusammengesetzt ist. Diese Strecke... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! Gute image www.sofatutor.com